Der Teppich ist sehr, sehr fein, Muster kaum zu erkennen und erst wenn man sich lange, lange mit dem Teppich beschäftigt, erkennt man Struktur. Es ist hier ein Ort der großen Geräuschkulissen. Also immer wenn ich hier spaziere, spazieren die Ohren auch. Gute Anlage, laute Musik und dann Freiheit für alle. Man schraubt alle Werte auf den niedrigsten Level runter, sodass keiner mehr mit komplizierten Werten kommen kann und sich nur auf den niedrigsten Wert treffen kann. Wenn es funktioniert, ist es irgendwie ein Moment divin der Kommunikation. Es ist wie eine Apotheose. Musik an sich ist die körperlose Art zu reisen oder sich zu bewegen, imaginär oder wie auch immer. Aber letztendlich ist es was, was einen durchströmt. Fasziniert mich nach wie vor mein ganzes Leben wie fast nichts anderes. Tiere vielleicht. Aber nicht. Oder. Aber nicht. Ou卡 oder nicht. Aber nicht. Aber nicht. Untertitelung des ZDF, 2020